hey leute und willkommen zu einer weiteren folge badwars heute wieder auf der map mine ja gestern haben wir gegen ein paar hacker gespielt und ja deswegen heute mal wieder eine schwierige runde alleine ohne böse menschen hoffe ich und ja mal sehen wie es läuft gelb ist schon raus gegangen sehe ich gerade nebenbei traurig traurig so einer bot sich ich hoffe sie brauchen sich schon mal in der mitte alles schon mal schön 56 kommen ein eisen noch noch ein eisen wird da weiter geht man ein eisen danke dann haben wir schon mal unsere brustplatte so da hinten haben sich zwei angebaut wie ihr seht also der neben mir der ich weiß nicht wer mir schwarz ist also auf jeden fall haben sich zwei angebaut und schwarz ist gestorben dabei genau und hopp dann haben wir weg wir gehen pinkie austrotten jetzt aber tot ach schön pinkie ist tot da haben wir schon mal zwei teams ausgerottet in der mitte ist türkis oder was dem tod der eine schon kein bett mehr hat okay nach türkis das war mies von mir nach türkis und schon natürlich ist kein gar nichts mehr und wir haben gold wir haben zwei teams ausgelöscht ein naja eigentlich schon dreiein aber ich würde sagen zweieinhalb weil das bett von ihm haben wir ja nicht zerstört sondern nur die person und wir haben das gold das passt jetzt orange noch nebenbei töten und dann das gold einlösen und ja so macht das spaß spaß jungen haha dachtest du wohl ne okay und schon haben wir unseren bogen unser schwert eine spitztacke ja läuft er dachte ernsthaft ich baue mich hoch und so das war eine gute abgang taktik über mir ich weiß ich weiß ich bin halt geil kann man nichts anderes sagen und tschüss blau ist tot dann gehen wir zur blau vernichten erstmal bla 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 da auch so einsam drüben der blaue achtet am blaue durch die noch mal mit drüben lichter koko ich hatte dich noch mal okay und blau ist vernichtet so es sind noch green green lemon so in vier minuten haben jetzt eigentlich so wie alles getötet außer eine person die jetzt ist natürlich da jetzt wieder fortnocks aufgebaut da hinten aber allerdings mit schlechten stein da kommen wir sehr gut und schnell durch das sollte kein problemo sein für uns das wird chili milli leute 16 waren wir noch eine goldladung ab so vielen dank vielen dank vielen dank für ihren besuch ich glaube ich schon mir noch eine redungsplattform dann weiß denn die man weiß denn die so und hopp dann gehen wir jetzt rüber zu grün hat er kein gold also wollen wir kann das haben das sonst abschießt naja baut uns auch nicht entgegen dank hat der baut uns entgegen ich schon panik schweißausbrüche ok bett ist frei hat um es dort das war die runde sechs kills gemacht innerhalb von wenigen minuten werden haben wir fünf stück zerstört passt einer ist gelieft leider ergo ein einzigen haben wir nicht erwischt sonst haben wir alle so ich hoffe euch hat die folge gefallen wenn ja lasst so eine bewertung da und wir uns in einer anderen folge wieder meist kurz und knackig mal die runde ich hoffe dass es so geht für euch und bis dann und einen schönen Tag noch